Herzlich Willkommen in der Allianz Generalvertretung Siegert, ein Name, der seit weit über 40 Jahren für Allianz Versicherungen in Forchheim steht. Wir legen Wert auf solide Ausbildung, stete Weiterbildung und klare Aufgabenverteilung unserer Mitarbeiter. Aber sehen Sie selbst. Hallo, mein Name ist Martina Lügel. Ich bin in der Agentur Siegert seit 2008 beschäftigt und habe mich in dieser Zeit zur Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen weitergebildet. Meine Schwerpunkte in der Agentur sind vor allem die Büroleitung und alles rund um die Kfz und Folgenversicherung. Mein Name ist Irina Schmidt. Ich habe 2001 direkt nach dem Abitur meine Ausbildung zur Versicherungskauffrau in der Agentur Siegert begonnen. Seitdem bin ich für das Backoffice, die Schadensbearbeitung, aber auch das Marketing zuständig. Hallo, ich bin Sarah Braun und mache in der Allianz Agentur Siegert eine Ausbildung zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen. Vor allem der viele Kundenkontakt bereitet mir viel Freude und wir freuen uns in unserer Agentur willkommen zu heißen. Hallo, mein Name ist Armin Tschkotz. Ich bin Fachwirt für Versicherungen und Finanzen und seit 2008 angestellter Kundenberater in der Generalvertretung Herbert Siegert. Meine Hauptschwerpunkte sind Ihre private Altersvorsorge sowie Risikoabsicherung und das Baufinanzierungs- und Bauspargeschäft. Mein Name ist Maximilian Staudinger. Ich bin seit 2012 bei der Allianz Generalvertretung Siegert und habe dort meine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen absolviert. Jetzt bin ich als Kundenbetreuer tätig. Meine Schwerpunkte liegen vor allem in der Unfallversicherung und in der Krankenversicherung. Sie können jedoch jederzeit mit einer Frage über Versicherung zu mir kommen. Seit 1968 betreut die Familie Siegert die Kunden der Allianz. Ich selbst bin seit 1984 für die Allianz tätig und seit 2003 leite ich die Versicherungsagentur in Forchern. Meine Tätigkeitsschwerpunkte sind die betriebliche Altersvorsorge und überhaupt alle Versicherungen für Firmen und Freiberufler. Aber wie Sie gesehen haben, gibt Sie bei uns den richtigen Ansprechpartner für jede Art der Frage zum Thema Versicherungen. Kommen Sie auf uns zu. Sie erhalten ehrliche Beratung und freundschaftliche Hilfe, versprochen.